Persönlichkeitsentwicklung und Familiestellen ist die Kombination aus ungelösten Blockaden herauszusteigen und sich bewusst zu werden, dass man wirklich da ist und da sein darf. Dass man sich spürt, ein besseres Lebensgefühl entwickelt und dass man nicht für den Anderen was spielen muss. Die eigene innere Freiheit in sich zu erleben, in sich bewusst wahrzunehmen. Wenn einer möchte, kann sich gerne bei mir anmelden. Die Telefonnummer liegen unten bereit. Ich danke euch für euer Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bis dato.